gut jetzt kommt es kommt ordentlich geld rein wurde der magier setzt ja wurde er schon wird sogar von selbst gebaut was ich gut finde versuchen wir mal hier mehr forscher anzulocken so das habe ich schon mal change it hard und frost hier könnte ich dann auch erst karschen und also ein earthquake ist schon nicht schlecht den hätte ich viel früher gebraucht da hätte ich den goblin turm viel leichter einreißen können ja das demon wurde es im weg so sie ist etwas angekratzt aus deswegen ja das wasser so boat hat halt den spell timer ich kann halt nicht die spades raushauen nach lust und laune dich hätte ich gerne nicht dass das phantom weiter angreifst das problem ist der counter läuft habe ich immer noch ich kann ihm nicht change of heart machen dass er sich zurückzieht jetzt kann ich es ja solche pflänzchen sind kein problem eigentlich ich bin froh darüber dass die phantome größtenteils meine Leute ignorieren ich weiß nicht wen oder was ihr hantet deswegen mache ich mir sorgen den da lasse ich jedoch nicht sterben auch wenn er zwölf lebensbog der hat ja das ist der typ den wir wiederbeleben müssen ich mache die path weniger zu völfen ich mache die path weniger zu viel ein unwelcomedeser Ich sichere mal das Mausoleum Sicherheitshalber mit Ballistertürm ab Nicht, dass es angegriffen werden kann Und ich verliere, wenn es weg ist Ja, aber du wirst nicht aufhören zu kämpfen Das verbiete ich dir Wie funktioniert eigentlich ein Gate? Ein Gate funktioniert so, dass alle In der Nähe Das Sources of the Boat Eingesaugt und da rein Hingeschmissen werden, okay Gut zu wissen Dann macht mir mal hier die Gebäude weg Wisst ihr was, ich stelle mal da für die Reward Flags auf 1500 Was hat dich jetzt getötet? Ach du Schreck Wind has failed Wind has failed Okay, sie scheint das Mausoleum in Ruhe zu lassen Das heißt wir müssen jetzt gucken, dass wir Geld sammeln Um jetzt wieder zu beleben Hm Wind Lord blesses me Wind Lord blesses me Abderazak 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 Ja, die beiden Phantome kommen jetzt wieder hier an Das lasse ich auch wieder zu Oh So, aber jetzt mache ich die Attack Flag mal wieder runter Er kostet 50.000 Das dürften wir irgendwie hinkriegen, indem wir keine Ausgaben mehr haben Das heißt wir schalten auch die Embassy aus Ja, so kriegen wir das Geld nicht zusammen Ernsthaft, könnt ihr auch für die Phantome zu jagen? Guck mal, wie tief wir jetzt gefallen sind Aber ich weiß, wie wir ein bisschen mehr an Geld kommen können Einen kann ich mir ja noch leisten Und hier oben ist es ja jetzt ruhig eigentlich Wenn nicht, dann lasse ich jetzt einfach die Händen tot Na ganz ehrlich, wenn sie meinen, sie müssten sich ständig mit den Phantomen anlegen, die sowieso zu stark für sie sind Dann bleiben sie halt tot Sollen wir auch recht sein Ich brauche jetzt die 50.000 Gold für den Sage Und ich bin froh, dass die Phantome hier unten bleiben und nicht da oben Tja, dein Problem, nicht mehr meins Ihr seid jetzt offiziell alle im Wehrlicht Wo sind eigentlich meine ganzen Heiler? Na komm Die Hälfte haben wir ja jetzt schon mal Ich weiß echt nicht, was ihr da hinten zu suchen habt Ja gut, ihr tut erkunden, das erlaube ich noch Ihr werdet gerade resurrected Der Goblin Watchtower da, der ist relativ egal Ach, er reißt den Goblin Tower ein Okay Also es gibt eigentlich nichts mehr auf dieser Map Außer den Phantomen Ach komm, ernsthaft Ich kann das missen auf den Zaun Es ist mir sowas von egal Wenn ihr sterbt, sterbt ihr Obwohl dich benebe ich noch einmal wieder Das ist aber das einzige Mal Dich auch nur einmal Aber alles andere bleibt tot Du hast einen Teleportring Und einen Zauber Da, Teleport Port dich weg Port dich weg Meine Güte Genau, Gold Ah, da oben ist hier noch Pflänzchen Darum ist noch ein bisschen was zu entdecken Du gehst jetzt aber home Weil du keinen Bock mehr hast Also ja, die Stunde werden wir auf jeden Fall voll kriegen Vielleicht wird es auch Also vier Folgen werden wir auf jeden Fall noch hinkriegen Vielleicht werden es sogar fünf Du hast es auf dem Mönch jetzt abgesehen oder was Na, der flieht aber in Terror Selbst schuld, Boy Ente посмотреть Da, so Des� Aus Des� Aus 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 Aus